Ist der Geh links zum Schrumpfen? Ah! Okay, die Crouch-Taste. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Baum. Ja! So wie es sein soll. Ah, Alice. Geh da durch. Ich bin Mini. Jetzt nicht mehr. Where am I? Irgendwas hier? Nein. Was ist, wenn ich dort... Ich bin zurückgegangen, richtig? Hier bin ich. Okay. Ich muss auf die Pilze springen, richtig? Oder ich muss mich umgucken. Piep, piep, piep. Vögelchen machen piep. Kleine Küken piep. Wie komme ich jetzt darauf? Kleine Küken piep, das kleine Küken piep, das kleine Küken piep, das kleine Küken piep. Was ist das eigentlich? Alice, du hast einen ganz furchtbaren Schluck auf. Wir müssten mal was dagegen tun. Hm. Wollen wir denn irgendwie auch zurück? Also noch weiter zurück, meine ich. Ne, das war nix. Wir kommen nicht zurück, richtig? Doch. Mit bisschen Gewalt geht's schon. Aber hier kommen wir nicht zurück. Ne. Ne, das wird nicht funktionieren. Okay. Also muss es irgendwo? Hier sein, schätze ich. Eine Füchsin im Bau. Ja, das erkennen wir schon. Vielen Dank. Was sind das für komische Pflanzen eigentlich? Das wäre nur... Also ich kenne dieses Spiel nicht viel. Ich habe vor... wieder gut zehn Jahren zugeguckt gehabt. Korb. Wo war ein Korb? War hier irgendwo ein Korb? Ähm. Zugeguckt gehabt. Da. Die Schnecke ist ja geil dort oben. Ja. Kann nicht ransummen gerade. Tut mir leid. Nein. Begegnen wir dann der bösen Königin? So, wir haben den Weg gefunden. Eine Riesenschnecke. Tu mir nix. Ich tu dir auch nix. Du bist kein Fleischfresser. Ne. Necke tut nix. Zähne gesammelt. Wir haben unseren ersten Zahn verloren. Wow. Gleich drei auf einmal. Ich erinnere mich nicht an viel. Nur an eine Stelle, wo halt ausgerastet wurde. Wegen dem Sprung. Äh. Ich habe auch, wie gesagt, mit Sogut. Äh. Trotzdem macht das hier schon Spaß. Ich wollte das Ewigkeiten spielen. Der Teufel. Nein. 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 Wo bin ich denn jetzt gelandet? Muss ich da rutschen? Und die Zähne einsammeln? Möglichst viele? Den goldenen habe ich nicht. Naja. Ich brauche noch keine Implantate. Ich weiß wohl jemanden Matsche. Und ein Fluss aus Blut tat sich Feuer auf. Was ist das da eigentlich? Ein Pferd? Da sollte ich nicht runter, glaube ich. Sieht gefährlich aus. Und schön sieht das aus. Das ist kein Pferd. Das ist ein Drache gewesen. Der Jabberwocky? Oder auch mehr als einer. Die Vorpallklingel macht zerschnittener schnück. Schnück. Was? Zerschnittener schnück. Lässt sie tot zurück. Süß. Die Vorpallklingel führt Einzelzielen im Nahkampf den schnellen Schaden zu. Linke Maustaste ist um Farbpallklingel ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Das sieht so schön aus. Das meine ich. Das sieht so schön aus. Oder so cool, wie man es auch mal nennen will. so. Und jetzt? Gar nicht. Kann ich? Ah. Ah, da sind Zähne drin. Ich kann noch mehr Zähne sammeln. Das sieht doch perfekt aus für einen Kampfversammel. Hab ich's nicht gesagt. Hi. Schleichender Verfall. Hau mal einfach schneller. Na, das sind ja noch mehr. Au. Hässlich, eklig und böse. Alles vor allem mit einem Monster. Das ist wohl wahr. Was schönes als anderes. Was war das? Okay, wir regenerieren uns wieder, wie's aussieht. So, wo kamen wir her? Wo müssen wir hin? Kling, Glöckchen. Das sieht aus ihm. Glöckchen. Wir haben ein bisschen Zeit bis Weihnachten, aber egal. Wir singen schon mal. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unsteht. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Das Unproduktive gehören ausgelöscht. Ach, und der des Todes von unseren Eltern ist unproduktiv. Deswegen gehört der weg. Macht total Sinn. Achtung. Ach, du. Rücke und halte Leertaste, während du springst, um Alice schweben zu lassen. Alice. Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst. Du leertest der Ennod während des Sprungs. Ja, mehrfach hintereinander. Das haben wir auch schon gehört. Vielen Dank. So. Können wir zwischendurch auch mal speichern, bitte? Oh, das war knapp. Was ist das? Was ist damit jetzt passiert? So, können wir irgendwie diesen Zahn haben? Habe ich mich vor dem Blatt gerade erschrocken. Und tschüss. Chill mit euch. Ja. Ich dachte, wir können vielleicht zurückspringen. Aber den Zahn haben wir. Wie es scheint. So. Wo sind wir nun? Das sieht aus wie beim Hutmacher. Sind wir beim Hutmacher gelandet? Ich hoffe es doch. Die Königin brauche ich nicht schon. Es könnte aber auch die Königin sein. Wir schweben mal in eure Küche rein, ja? Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich hab keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schneckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg verschwärmen. Pfeffere ihn was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein. Zu meinem sowieso nicht. Mit Würze schmeckt alles besser. Ähm. Schär. Schre. Was? Sie soeben erhalten. Ihre Herzogin. Pfeffermühle. Verleiht Feinden Würze. Rüsselpikant im Nu. Oh, kommen wir da rein? Nö. Hörst ja zu. Kriegen wir die noch auf? Oh, da ist ja das Brot. Wo are you? Schraubälle. 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 Kommt da noch mehr? Ja, ich weiß jetzt, welche Taste ich drücken muss. Ja. So, wo sind sie? Einmal orientieren. Wo sind noch mehr Schraubbällen? Ja, genau vor uns. Wenn ich nicht drauf springe, dann kann ich sogar es kaputt machen. Klappt eigentlich, weil ich vorher momentan noch. Weißt du was für eine... Lass mich mal los. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ja. Ja. Kannst du mal. Komm her, du Sau. Noch mehr Viecher. Wir haben auch schon Bekanntschaft gemacht. Oh, da guck mal, da sind die Schnauzen. Spürst du überall die Ohren, um Schnauzen zu orten. Wechsel in den Zielmodus und schieß mit der Pfeffermühle auf die Schnauzen. Ist die Schnauze vollgepfeffert? Wird sie Pfade und Sammelstücke offenbaren. Spürst du überall die Schnauzen No, das war nicht richtig. Ah, guck mal da. Die Tür öffnet sich für uns. Sehr schön. Wo kommen wir da eigentlich dahin? Oh, wir können Zähne sammeln. Oh, und da sind auch noch Schnickenhäuschen. Sind da eigentlich welche? Ich übersehe die immer. Da sind noch welche. Holen wir gleich. Oh, und wir können uns heilen damit. Sehr schön. Ah! Einen Zahn verloren. Oder vergessen. So, alle Zähne zu mir. All meine Sieben würde ich gerne behalten. Zähne sind wichtig. Ohne können wir nicht leben. Ja, kommen wir doch. Aber es wird unangenehm. Ohne Zähne. Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Vielen Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Soll das so viel heißen wie Halt die Schnauze? Also mit dem Honigkorb. Was soll ich mit dem Honigkorb machen? Was soll ich mit dem Honigkorb machen? Oh, guck mal. Da ist noch ein goldener Zahn. Den holen wir uns eben. Was soll ich damit machen? Ohne Zahn. Ah. Aha. Also doch drauf schießen. Thanks a lot. Wir haben schon mehr getrunken. Wir haben... Nein. Als Minderjährige... Ich denke, dass wir... Ich denke mal, dass wir minderjährig sind. Ähm... Alkohol getrunken. Deswegen sind wir so klein geworden. Ich muss ein bisschen rumtricksen, wie ich... äh... die richtige Taste erwische. Und das speichert. Sehr schön. Na, guck mal. Da ist noch eine... Schnauze. Ja, komm. Hab genug... Genug von der Faffa. Mhm. Genug von der Faffa. Oh. Kann ich eigentlich auch? Ah. Ah. Hall up. Ah! Was ist das ein Licht? Da ist noch einer. Die Musik ist noch nicht weg. War es das jetzt? Huch! Was war das denn da? Die Musik ist noch nicht weg. Okay, mir kommen wir nicht hin. Super Orbe essen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Okay, es wird langsam nicht der Störung. Wo kommt ihr denn immer her? Von unten? Ja, von unten. So, jetzt ist Ruhe endlich eingekehrt. Richtig? Wie wechseln wir denn wieder die Waffe? Ich möchte gerne meine... Ich hätte gerne meine andere Waffe. Wenn das denn ginge. Da hinten waren aber noch... Schneckenhäuser. Wir verstecken uns nicht in unserem Schneckenhaus. Machen sie nur kaputt, um uns die Zähne einzusammeln. Huch! Da sollte ich nicht runter. Schlimmer Fehler, den wir machen, wenn wir da runter gehen. Sehr wahrscheinlich. Kommen wir dann auch irgendwann in die reale Welt wieder? Wir müssen ja noch die Tabletten kaufen. Oh, guck mal, da ist ein... Da kommen wir her. Oh, da ist aber ein Schwein. Moment, Schweinchen, wir kommen. Noch nicht genug, mein Freund? Jetzt aber. Gesundheit, mein kleiner Freund. Kleiner, riesengroßer Freund. Was?